Wir spielen Nocturne, Leute. Na, wie gesagt, wir sind planning geworden. Jetzt spielen wir irgendwas, worauf wir Bock haben. Und... Time to feed, würde ich sagen. What the hell? Was nützt denn Zhao los? Wie gesagt, ich bin kein Jungle-Experte, oder? Ich weiß nur... Hey. Am Level 6 macht's Bam Boom Bang. Ich hätte gedacht, den letzten Tower-Shot überlebe ich. Das habt ihr doch auch gedacht, oder? Seid ehrlich. Seid ehrlich. War ich ein Execute? Ja! Ha! Outplayed, son. So schnell warst du nie in der Base, ne? Nein! Doch, ich dachte schon. Sie hat doch zu Tode geführt. Ey. Oh, schöner Flash. Nice Flash, bro. Einfach gerechtsklickt. That's my job. Alter, wie viel Party hier ist, ne? Alles Gold, Leute. Da nehme ich alles mit. Die hat hier alles verpestet, ne? Look at this. Ah, ich wollte nur smiten. Jetzt habe ich geflasht. Rechtsklick, Junge. Ich ziehe es durch. Nein! Da habe ich den ganzen Schaden bezichtet. Schengel-Difference, by far. Ey, was? Der 2-8. Was ist denn? Verhält er einfach nur. Ist er einfach kiki? Kai-sa, öne-bimba. Let's go again. Kai-sa, Kai-sa, in my life. Das ist ein Zhao, der hat richtig Bock, ne? Der hat so... Oh, shit. Das sollte in einem Ward stehen, eigentlich. Das ist einfach exploded. Na, die exploden hier halt alle. Aber leider auch die beiden dort. Na, ich muss sagen, dafür, dass er auf mich gegangen ist, war das jetzt schon ganz schön uncool. Slow-Z! Yay! Oh, das war für Draven echt not bad. Oh, Bottlein. Gib mir den Farm. Gib mir den Farm dort. Oh, Gott. Ren, nein. No? Du Made. Oh. Hallo. Oh, shit. I'm alone, no? Hallo. Nein, das ist nicht wahr. Das passiert aber schon wieder. Nein, 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 nein. Wollte den Kai-sa. Natürlich will ich den Kai-sa, Leute. Was ist für eine Frage hier? Kann sich entkommen. Ich habe diesen komischen Hammer. Hammer macht es unmöglich, Zielen zu entkommen. Kai-sa, Kai-sa. Ah, verfickte Scheiße. Ihr probiert dann trüch, ihr trug uns. Die hat sie halt wirkt, die hat das Ding halt geklaut. Die laghed ist halt einfach toxic. Okay. Du bist halt echt schnell tot. Das müssen wir jetzt einfach mal so sagen. Alter. Diese Tentakel. Da gehen wir jetzt noch zwei verschiedene Türme. Das ist gut. Dann haben wir mehr von den Minions. Kappa. Ah, da tötet auch einer die Türme. Das ist relativ tiefsett. So, hab ich jetzt genug? Ne, noch 100 Gold. Verdammte Scheiße. Mach'n der Draven da. Okay, der ist tot. Gut. So, Blade of Worm King fertig. Ha! Wir haben sie outplayed. Das sind die easy games. Kauf Blade, instant win.